hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft magic in dem joxcast complete pack mit immer noch mir dem yoda was für ein zufall oder zwar nehme ich gerade auf denn ich wollte in den nether und vielleicht kennt ihr das problem ich war jetzt voll die pros und hatte immer so diamond pick egg habe ich eigentlich auch aber ich habe gerade keine lust obsidian zu suchen möchte aber ein nether portal haben deshalb werde ich jetzt versuchen ein nether portal zu bauen ohne obsidian zu haben mal gucken ob ich das noch hinkriege und zwar ist das doch ähm warte mal das muss ich glaube ich anders machen und zwar müsste es sein ähm habe ich noch blöcke habe ich noch ich glaube es ist doch flowing water auf solid lava oder so haben wir schon mal unser grundgerüst brauchen wir natürlich ein bisschen lava dafür ne gucken wie viel habe ich denn jetzt hier noch habe wahrscheinlich nicht genug aber wird schon passen so war doch drei breit oder ist zwei breit so zwei breit oder oder wie lange schon kein laser portal aber das ist doch zwei fünf acht zehn oder ich glaube es zwei breit und vier hoch da habe ich das schon dann habe ich schon ein zu viel verbraucht aber egal das kriegen wir schon hin so ist es zwei breit das ist zwei breit glaube ich am besten baut ihr aber immer drum herum damit die lava nicht wegfließt und euch irgendwie schaden sollte dann haben wir noch eine höhe zu früh jetzt habe ich wie hoch zwei wo muss ich noch eine höhe oder ob es zwei breit drei hoch das also das portal selbst nicht das gerüst demnach müsste ich ja wohl noch ein höhe wahrscheinlich mal alles komplett falsch egal kommt davon wenn man es schon so lange nicht mehr gemacht hat aber wir kriegen das schon zusammen so und dann müssten wir jetzt glaube ich dann hier so hin das ist überhaupt mein digi spell hier flonk 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 sieht das so richtig aus irgendwie drei hoch zwei breit doch sieht richtig aus oder müsste das soweit eigentlich passen also muss hier jetzt lava rein habe ich gerade nur noch einen muss ich gleich noch mehr holen zack müsste halt daneben jetzt einer allerdings muss ich jetzt erstmal ein bisschen lava besorgen das ist aber eigentlich einen kurzen cut dann wir sehen uns gleich wieder so willkommen zurück ich habe ein paar Eimer wieder eingesammelt müssten eigentlich reichen hab ich mal so und jetzt brauchen wir noch die drei seiten teile das kann erstmal hier alles weg ja rum sprung oh geil sprung one shotten one digging so der hip der hop der hip do the hop hip hop hippity hop so und das regnet draußen also jetzt in echt weiß gar nicht ob ihr es hört hoffentlich nicht so und noch ein höher philip flop zack zack so und fertig müsste das portal sein wenn ich mich recht erinnere und das so richtig ist und es wird auch schon dunkel war das gerade übrigens erste aufnahme die wir nicht im dunkeln gestartet haben eben gibt es ja gar nicht kann ich ja irgendwie so Feuer machen scheinbar nicht okay war das so? das war so glaube ich aber natürlich noch ein Feuerzeug hui so und restliche Lava kann ich eigentlich hier rein stopfen so einen zweiten tank gerade gebaut da habe ich da eben da ops man darf nicht schiff drücken wenn man das in den tank füllen will dann habe ich einen zu viel den kann ich ja irgendwie hier rein stopfen egal wasser einmal brauche ich gerade auch nicht oder? kann ich den hier einfach rein kippen? ja so so ich habe hier noch ein paar Erze gefunden die Barrels habe ich euch schon letztes mal erklärt glaube ich ne? müsste ich eigentlich jetzt habe ich hier noch ein Crab so erstens habe ich die hier reingestopft Magica Essence ja mit den Crab habe ich auch hier reingestopft oder? oder nicht? doch da so ich habe gerade mein mein Kistchen hier auf Kisti aufgehoben Kisti die Kiste weil die war immer so eine andere Lava und ich habe keine Ahnung ob die sterben kann oder so da habe ich sie lieber halt mal aufgehoben auch noch einmal wieder ein paar Glasbottles habe ich die dann eigentlich hingestopft da? so was wollten wir? wir wollten Flint and Steel Flint and Steel Bam und bam zack zack so ist die Frage hm so so Rüstung wäre noch ganz nice weil das Nether riesig an schien was ich frage warum ich in den Nether möchte ich wollte erstens Sunstone haben und Sunstone gibt es soweit ich mitbekommen habe nur an extrem heißen Stellen spricht am meisten unter der Lava im Nether wenn ich das richtig mitbekommen habe und zweitens ach Mist eigentlich brauche ich das zweitens gar nicht mehr zweitens wollte ich mir eine Fire Resistance Potion bauen um das einzusammeln aber dafür bräuchte ich Blaze Swords und dafür muss ich sowieso dann schon in Nether weshalb ich eigentlich auf den zweiten Punkt scheißen kann im Endeffekt wollte ich nur mal nach dem Sunstone gucken wobei es dann vielleicht doch hilfreich wäre wenn ich mir vielleicht irgendwie obwohl man kann gar kein Wasser im Nether benutzen oder ich glaube es ist von Mojang verboten wurden Wasser und Betten Wasser und Betten kann man gar nicht benutzen Wasser verschwindet einfach und Betten explodieren wenn ich mich recht erinnere Flunk ja es ist die richtige Größe wird noch ein bisschen beleuchten hier und hier nicht so viel Zeug spawnt Dark Mage ist der Böse der ist Böse ist hier wieder Light Mage hallo bring dich um ja mach doch noch ein paar Löcher ich hatte irgendwas getroppt der hat sein Buch nicht getroppt schade ich weiß jetzt oft das Lauer da sind ganz viele meiner Elementaren wird auch mal Zeit dass wir wieder sterben tschüss und Nether ist verdammt böse in dem Mod Pack verdammt böse es gibt auch verdammt viele Erze deswegen habe ich Angst wenn ich hier einmal kurz drin war Test halber ist hier so eine riesen weiße Schlange entlang gekrabbelt und hat sich den ganzen Weg freigefressen jetzt ist die Frage brauche ich irgendwas von den Ärzten hier ich kenne die alle gar nicht Nether Quartz kann man vielleicht gebrauchen aber sonst weiß ich nicht ach so und das wichtigste ist wahrscheinlich hier erstmal ein Waypoint zu machen damit ich wieder rausfinde Portal so das vergisst man auch häufig oh Zoll Cent kann man auch manchmal gebrauchen jetzt da da und die die ab nether ore, was muss nether ore? Irgendwas dartcrafty ist Oh, das ist forsyomod nether quartz kann man gebrauchen So, wir haben... Shadow Iron Können wir mal von jedem mal ein bisschen was mitnehmen hier So? Ich möchte dich abbauen... Oh, das geht wohl nicht mit dem Spell Das geht wohl auch nicht mit der Pickaxe Hm Oh, ich lass die jetzt einfach hier Es gibt so viele hier Ich muss jetzt erstmal auf Lava Level kommen Schon impf Weil böse Leute Und ich bräuchte noch irgendwas zu bauen wahrscheinlich für den Notfall Oh, hier ist schon nether fortress, das ist schon mal gut zu wissen Und da ist Lava Wartet mal kurz So, hab auch mal wieder hier die Musik vergessen Kommen wir denn jetzt da runter? Und danach auch wieder hoch? Das ist immer die Frage Bäm, 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 bäm Sooo Wo ist das hier? Sieht giftig aus Ich hab Angst Ich geh hier lang So lang, so tief So So, vielleicht soll ich mir das hier irgendwie okayen das hier hoch geht So Ist hier irgendwas böses? Hallo? Pigmen sind nicht böse Wo ist ein Zombie-Pigmen? Weiß ich, sind schon immer Zombie-Pigmen? Keine Ahnung Jetzt weiß ich nicht wo man da nach guckt Unter der Lava? Könnte sein Muss ich da noch ein Stück tiefer kommen Okay, sollte man bei Pigmen dann auch keine Ah Keine Keine Erze abbauen Au Kam ein böses Vieh raus Ich hoffe ich dicke jetzt nicht schon in die Lava rein hier Ich höre euch schon ploppern Hallo? Wir markieren hier einfach Sooo Jetzt soll ich echt Ich weiß es ja nicht Man weiß es ja überhaupt wie tief Lava ist Hm Hm Pig-Ilen Okay Kann ich auch scheinbar nicht abbauen Ähm Warte mal Ich muss mir das mal jetzt Bisschen handlicher hier hinlegen Damit ich gleich schnell zubauen kann Sollte da doch irgendwie Lava sein Dann nehme ich das Gefühl Hm Das sieht nicht gut aus Gold Oh Bin ich jetzt schon unter der Lava? Hallo? Ne da ist Lava Ohohoho Es breitet sich um einige schneller aus im Nether als normal WTF Habt ihr gesehen wie schnell das auf mich zukam? Ich hab Angst Hm Jetzt hab ich aber ganz schön Angst Alter wie schnell das auf mich zukam WTF Toll das kann ich jetzt nicht weghauen oder? Weil da ist noch eins Hm Wie komm ich denn hier jetzt an Sunstone rabe? Egal ich glaub das war's doch erstmal mit dem Part wieder Entschuldigung dass ich die Musik vergessen habe Falls es euch gestört hat Falls es nicht schreibt es auch in die Kommentare Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich glaube ich dicke jetzt nochmal selber Falls ich das Sunstone gefunden habe Gebe ich euch Bescheid Falls ich gestorben habe Bin Falls ich gestorben bin Gebe ich euch nicht Bescheid Ähm Ja und dann sehen wir uns demnächst Ciao Ciao Danke fürs Zuschauen